so hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der hof bergmann in meinem neuen old meets young projekt ich freue mich dass ihr wieder eingeschaltet habt vor allem dass die erste folge so zahlreich verfolgt habt hat mich super gefreut vielen dank dafür und ja ich würde sagen wir machen hier gleich mal weiter wir wollten hier dieses fünferfeld noch ein bisschen aufwerten indem wir hier gleich noch mal ein bisschen kalt drauf machen das wollen wir hiermit gleich mal erledigen guck mal dass man ein bisschen was erwischen ja da geht ziemlich viel weg so wie ich das sehe ich muss mal schauen was können wir hier das müssen wir schon stoppen sonst ist das kalk echt weg bevor wir hier nur anfangen das geht ja schon mal gleich gar nicht so dann wollen wir das mal der hand einstellen 18 meter einmal doppelt drücken bei und gib ihm da können wir gleich noch mal kalk kaufen gegangen das ist ja gleich leer so jetzt sind wir ein bisschen weiter drücken egal kalk ist halt immer schnell weg aber das macht nichts wir gucken jetzt auch gleich mal wenn wir die reihe durch hin und null ob es auch etwas bringt noch zu kalken es war ja noch nicht ganz reif das ganze deswegen haben wir das jetzt probiert jetzt lassen wir mal schön gucken wie schaut es denn aus wenn man hier schaut bringt doch was alles klar dann würde ich doch sagen machen wir das weiter zähne ist nun nicht das heißt wir können da noch nichts holen gibt es denn noch irgendwo anders kalk der reifeisen hat die offen reifeisen hat offen das ist feiner zug die geht da kalk zack wo drei das ist kalk ja dann wo ist er wo ist er wo ist er da ist er nicht da ist er dann wollen wir kalk kohle fahren würde ich mal vorschlagen dann fahren wir vorne auf die straße das machen wir aus und dann gucken wir mal was wir da bekommen für den kalk was wir da zahlen wissen die man habt immer geht ich meine immer dass das immer gar nicht so arg teuer ist der kalk aber du brauchst halt schon immer einen haufen kalk ne brauchst schon immer eine menge vor allem weil das verhältnismäßig schnell weg geht das ist finde ich dann eher unpraktikabel man muss halt auch immer ein stückchen fahren jetzt zum zum glück hat der schon offen muss er hier das ist ah fuchshausen ah wunderbar na dann willkommen in fuchshausen lieber schwaben player sag ich mal ne ähm ja dann wollen wir mal schön hier blinken dass man nicht gleich auffallt wie räuberisch man hier fahrt aufbaut sich ähm so jetzt wo geht es da rein da rein da ist das futter also das futter für erwachsene da sieht es nach der feuerwache aus dann würde ich jetzt mal da rechts rein fahren wollen da steht auch was steht da lassen wir mal schön aussteigen und gucken von 8 bis 20 uhr ja das sind ein bisschen bessere arbeitszeiten als trauma in hinter dupfingen da wollen wir doch da mal gegen den zaun fahren am besten nicht sonst dämmen wir gleich mal wieder unseren trecker äh müssen wir uns da jetzt wiegen was wiegen wir denn wiegt mir 11.091 kilo ja ok also 11 kilo können wir für mich abziehen nein quatsch schön wärs aber 11 kilo wär auch nicht schön ui 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 so tala dann fahren wir mal da unten das kalk und bitte voll machen 11.000 von 2205 da muss ich eben blinken alles gut so machen wir zu Deckel zu Affe tot ne Klappe zu Affe tot dann fahren wir wieder zum Feld und dann machen wir weiter ich fahre das nochmal in der Innenansicht das mache ich ja nicht so häufig aber das machen wir jetzt einfach einmal sehen wir mal das da ruckelt es jetzt ein kleines bisschen dass die Grafik hier stopp ja haben wir gesehen wir haben es aber nicht verstanden das heißt nicht das Gläser aber nicht verstanden ja Blinker brauchen wir da nicht mehr Buschkasten haben wir da rechts genau zum Feld meine ging es da noch so na dann auf geht's zum Feld 11.000 mal gucken ob das langt könnte sein dass es ein bisschen knapp wird 2.000 hatten wir drin das war eure Reihe dann 2, 4, 6, 8, 10 sind 5 Reihe das dürfte für das Feld gerade so nah kommen schauen wir mal oh da tut er sich jetzt aber schon richtig schwer da hinten auf mit dem vollen Hänger da immerhin 11 Tonnen hinter dran da hat unser Feld da hat unser Feld hier doch ein bisschen zum Schaffen wir kommen drauf das gehe ich immer hin so da la berg runter geht es natürlich ein bisschen besser jetzt fahren wir hier an die Pferdler vorbei wieder zum unserem Hof Bergmann jetzt gehen wir wieder in die Außenansicht haut uns den Xer rein klappet mal auf jetzt hätte ich ganz gern wieder meine Einstellungen vom Feld jetzt hat er das natürlich wie hat er das so hat er das ja das ist soweit in Ordnung im Moment im Moment nicht so ja so verlieren wir wieder die Hälfte ne wenn wir hier Wies kalken das muss nicht sein so dann tu mal deine Arbeit mal gucken ob man mit 2000 pro Reihe hinkommt 11 hat man drin das heißt bei 9 müsste man diese Reihe spätestens durch hin da sollte man auch den Kalk nicht weiter vergeuden mit dem man die Wiese dann kalken sondern wirklich den Kalk hier aufs Feld schmeißen das reicht es machen wir einmal kehrt in eine andere Richtung einmal auf Feuer und gebe ihm so jetzt muss es bei 7000 enden boah leut komm ruf jetzt aber schwer zu schaffen auf 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 hopp 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 drehen wir in die nächste Reihe grün go und jetzt machen wir an dann würde man hier ein kleines bisschen die Fahrzeuge ein bisschen lauter machen ich glaube das müsste passen ein bisschen auch gleich so 7-2 sind 5000 das müsste man hinkriegen mit der Reihe so rum kriegt er es ein bisschen schneller noch ja ja jawoll nächste Reihe und dann haben wir noch eine das wäre dann die letzte so jetzt muss er sich hier wieder ein bisschen aufquälen jetzt aber wird auch langsam leichter hier mit seinem Kalkhänger go 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 so ich steige ein bisschen Schiebe ne gepasst kriegt er noch der kriegt das gut hin das sieht gut aus dann haben wir hier auch schön gekalkt eine Dünke Stufe noch drauf dann können wir hier schön Weizen ernten das ist doch eine feine Sache und dann machen wir oben weiter da waren wir ja beim ernten da möchte ich dann auch rocke so bald wie möglich drauf machen dass wir Mehl machen können und dann fürs Brot ich möchte auch recht schnell dann die erste Tiere her tun also Kühe und vielleicht hier ein paar Ziegen dann können wir uns Milch kriegen wir dann raus und zwar Ziegenmilch und Kuhmilch und damit können wir dann ein bisschen Käse und Butter herstellen und das im Lade verkaufen das gibt dann auch wieder schöne Einnahmen und ja das wäre so mal der Plan Obst müsste man dann vielleicht auch mal schauen wenn wir dann ein bisschen Misch und so über haben ob wir dann auch ein bisschen Misch machen aber das ist noch Zukunftsmusik das machen wir dann bis es soweit ist gut dann haben wir das geschafft wunderbar dann fahren wir dann zurück zum Hof und wir haben ja gelernt wir kommen da hinten rein dann würde ich doch vorschlagen machen wir das aber nicht da hinten sondern da hinten rein das schöne Außensilo das wir hier haben finde ich ganz praktisch da haben wir offen gelassen das ist in Ordnung da haben wir den Mixer für Kuhfutter das ist auch in Ordnung jetzt stellen wir das da hinten mal sollen wir das auch da rein stellen weil wir hinten ja eigentlich die ganze Fahrzeuge da drüben können wir es aber auch da hinten ausstellen da haben wir auch ein bisschen Plätzchen stellen wir das da hinten rein da können wir mal so rum rein fahren und fahren wir den jetzt schön zurück was wir hier draußen sehen müssen wir es ja nicht wie Kuhn und Rüben anstellen wir nehmen das alles weg so und jetzt fliegen wir mal geschwind rüber und zwar sind wir hier am Drescher und weiter geht's Weizen Drescher da haben wir ja das letzte Mal sind wir hier herstanden blieben und ja da wollen wir jetzt ein bisschen noch mal den Weizen runter holen da haben wir da schon mal richtig ein bisschen was geschafft für die erste Zeit da muss er hoch drehen zum Tode hin hinauf gibt es auch den Berg noch ja schon aber geht eigentlich ne hat schon schlimmere Berge aber hat schon schlimmere Berge aber hat schon schlimmere Berge aber ich glaube hier kann man ja auch die Privatleute beliefern ich glaube mit Kartoffeln und nochmal irgendwas kann man die glaube beliefern ich glaube Hackschnitzel nehmen wir die sogar jetzt müssen wir mal gucken wo das möglich ist da muss es irgendeine Luke geben wo man das reinschmeißen kann dann kann man das da auch verkaufen da müssen wir erstmal Kartoffeln haben momentan haben wir ja noch irgends Kartoffeln angebaut das müssen wir dann machen wir dann irgendwann auch nochmal aber jetzt müssen wir schon mal ein bisschen zu Geld kommen die erste Produktion anlaufen lassen hier so dann können wir dann hier auch das Stroh dann schön einsammeln bis wir hier rauskriegen so jetzt sollte ich eh langsam was sagen machen wir hier bald keine Rundkurse mehr sondern Auf und Abkurse machen wir hier schöne Hoch- und Runterbahnen jetzt haben wir zwei Vorgewände gemacht das ist eigentlich lange das erste Mal uff komm machen wir Sammelwaage blick grad hin und Sammelwaage ich mein wie hätte man ihn gesehen zum Baller machen habe ich nichts gesehen da wissen wir nicht da so äh da wo unser Lager ist gibt es eine Möglichkeit zum Baller machen ich weiß nicht wenn man da das Stroh reinschmeißt ob man dann da auch Baller machen kann ja gut aber du brauchst irgendwas zum Ballern letztendlich dann auch machen oder ein Gerät da haben wir glaube ich jetzt nicht wirklich was bekommen ich glaube die Dinger sind jetzt auch nicht grad so arg billig naja wir machen vielleicht mal vorne das Schneidwerk aus dann kann man ein bisschen besser rangieren machen wir den Tempomat wieder rein dann kann der da den Weg wieder nach runter machen ja da kriegt man doch ein bisschen Weizen runter ne würde ich sagen was gibt man denn für den Weizen hier was ist denn da der Preis was ist denn der Weizenpreis kriegt man bei der Brennerei 12,62 das ist schon nicht ganz so übel würde ich vielleicht sogar fast ein Teil verkaufen wenn mir hier nochmal ein Weizen fällt aber mehr werdet sehr wir müssen abbringen ne was es hier von Produktionen noch gibt und so jetzt richten wir uns auch ein bisschen danach so dann wollen wir den hier einmal drehen Schneidwerk an und machen wir den Tempomat wieder rein dann kann er da wieder runter düsen und so sind halt die ersten Schritte ne hier auf unserer Hof Bergmann 1006 Version das ist der das ist der der das ist sehr der 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 ich hab da mal geschtson mal gucken, deine Produktionen, den wirst du kaufen müssen, gell? Die werden wir kaufen müssen. Okay, Milch. Da müssen wir das nachher noch mal angucken. Ich muss sagen, wo ist denn unser Abfahrer? Ich würde vielleicht noch kurz das da abtanken. Machen wir einmal das Röhrchen aus. Wir können ja hüpfen. Ja, das muss das sein. Toller Sound. Nicht umkippen. Ja, das Herr Gottes Wille. Ja, so, so nicht. Hei, 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 hei. Ein Umkippmeister, oder was? Ich glaube, ich krieg einen Vogel. Hopp, komm. Hopp. Das haben wir davor auch schon mal geschafft. So rum wird's nix, ne? Hopp, 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 hopp. Hopp. Ja, da waren es wieder meine drei Probleme. Also dann... Kommt mal das Aufstellkommando da hin. Na, Trescherle, jetzt musst du mal was schaffen. Ähm... Wo ist er? Da ist er. So. Halt, ah, voll schrumm. So. Wollen wir das mit aufeinander stellen? Wie immer sage... Was nehmen wir denn da mit? Zum Aufstellen. So, Palette Gabel ist vielleicht nicht ganz so blöd. So. Dann... So. Dann... Dann haben wir aber die Schaufel mit. Schlicht dafür... Obwohl, da oben haben wir ja auch noch, gell? So. Mal ganz hoch. Ich glaub die rechte Seite ist das. Hopp. Was haben wir hier? Baller Gabel. Damit müsste es auch gehen. Ja, die können wir bestimmt fremd verwerten. So. Na, wollen wir mal schnell hinten überdüsen. Machen wir hier ein Sondereinsatz. Kommando. Tatütata. Der Kramer, der kommt gleich an. Kramer ist gleich da. Einmal Aufstellservice, bitte. Ach, ja. Ah, dass der so einen Wumms hatte, hä? Hätte ich es gedacht. Aber es hat ihn denn umgezogen. Dass der da umfliegt. So arg viel war doch noch gar nicht drinnen. Hände. Na ja. Hauptsache dem Helfer ist nichts passiert. Alles heile. In der Werkstatt kriegt man die Beule wieder raus. So. Dann schauen wir mal, ob der den umgeworfen kriegt. Der den wieder aufstellen kann. So. Kommen wir mal von der Seite. So. Hopp. Hopp. Ja. Das war fast ein bisschen schnell unterwegs. Aber so kann man es auch machen. Ich wollte es ja ganz nobel hier mit dem Gäbele. Hopp. Hopp. Und jetzt. Und jetzt. Hau du die. Hopp. Und das hat er natürlich jetzt nicht gemacht. Und runter anheben. So. Das ist doch auch gegangen. Das mal ganz unter. So. Ne. 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 Und jetzt. Hoch lupfen. Hau du die. Ja. Ja. So. Das. So hat es Sinn. So. Lassen wir das mal kurz da unterstanden. Ach. Zwischenzeit. Da ist die Aufhängung da ein bisschen kromm jetzt. Ha. Das hat es ein bisschen verbogen. So wie es scheint. Na. Wir hätten es ihn abgebracht. Sehr gut. Glück jetzt. So. Also damit müssen wir auf alle Fälle auch kurz in die Werkstatt nachher. Jetzt müssen wir aufpassen dass wir nicht wieder umkippen. Das ist ja äußerst wackelige Geschichte. Ne. Mit dem Hänger. Der hat halt oben schon recht hoch. Ne. Der reißt halt alles um. Das passiert halt dann noch recht schnell. So. Jetzt kann er sich da überladen. Sollte einfach mal da standen lassen, bis wir durch sind Ich weiß, ob wir nochmal umfliegt Dann hätten wir schon mal den Helfer da Würde mal sagen, ja Aber wir stellen uns da vorne in die Ecke So, wir stellen uns den mal daheim danach So Und falls alle Stricke reißen, dann können wir da auch nochmal Uha Jetzt ist da 94% Weizen drin Jetzt gehen wir mal kurz in die Kornmühle Da muss man auch schon was gucken Ähm Was da, da Ja, Servus Grüß Gottli Rogamell Ja, schon wieder Weizen, Gerste Es gibt Getreideschrot Mit Weizen gibt es Getreideschrot Das bauen wir bestimmt irgendwann auch mal Aber Kuchstahl ist noch nichts Ähm Erste will ich verkaufen Brennerei Wo haben wir die? Wer weiß es? Auf Anhieb Wo ist die Brennerei? Die Böttcherei Die macht Fessle Die ist nette Abdeckerei Brennerei Ganz da oben Wo sie mir Oder ich ganz da unten Muss man auch mal ganz da Luft düsen Da können wir hier an dem Fünferfeld Vorbeifahren Da runter Fünferfeld hoch Und dann zur Brennerei Und da werden wir es dann verlosen Ja, das machen wir jetzt da mal Verkaufen wir mal Die erste Schicht Mal 10.000 Da werden wir los Das fahren wir jetzt da hoch Wo war das auf die Fünf? Wo kommst du denn da? Äh, ja Müssen wir schön langsam fahren Das ist das, was da jetzt wieder hängen bleibt Die Erfahrung haben wir ja jetzt gerade schon gemacht Dass das nicht so gut kommt Kann man den hinten dazu machen? Nö, mir hinten kann ich nichts zum Abdecken kauft Dann lassen wir es halt offen Aber ich würde sagen Wir fahren mal klassisch wieder Onboard Da merkt man auch Wenn wir vielleicht ein bisschen schnell unterwegs sind So, jetzt einmal da rum Dann fahren wir den Feldweg rein So, und dann gebe ich ihm den Berg noch Ab zur Brennerei Verkaufen wir ein bisschen Weizen heute Dann bringen wir eure Fuhre dann auch für Getreideschrot zu machen, würde ich sagen Dann verteilen wir das immer ein bisschen Und ein bisschen was lagern wir auch mal ein Ich hole immer schön langsam um die Kurve Obwohl es hier gehen könnte Ich glaube Probleme hat er hauptsächlich Wenn es da so kräftig hubbelt und tut und macht Ich glaube das ist etwas, wo ihm jetzt nicht wirklich so gefällt Ja, wir sind jetzt schnell Aber eher gemütlich unterwegs Aber auch so werden wir ankommen Wir fahren immerhin unsere 30 Es ist halt ein gemächliches Dahingleiten, sag ich jetzt mal Da können wir uns auch ein bisschen umgucken Dahinter war ja auch noch nicht groß Das ist schon ganz nett gemacht Da haben wir noch Hier ist nochmal eine Weide Da kann man auch ein Tierchen ein bisschen auslagern Ich glaube das ist auch für Kühe Die man hier auslagern könnte Okay, das ist eher eine unangenehme Fabrik daheine Wo man dann die Schweinchen hinbringen kann Die werden sie leider verendet Traurige Sache Alte Brennerei Offen hat sie Wunderbar Ich drehe jetzt mal wieder in die Ausansicht Hi, servus Ich würde hier gerne was ver... Moment, ich muss mal geschön fragen Servus Servus, du, ich will mal da ein bisschen Weizen abgeben Wo muss ich denn da nahe? Was? Aha Okay, ich habe nicht verstanden Ihren verstanden Irgendwer hat ja gesagt Wollen wir da rein fahren Da Also Ha Fahren wir mal da rein Und gucken mal Ob die das da hinten abkaufen So Gucken wir mal was wir da Kriegen dafür am Ende Ich denke sie dann vielleicht auch schon Ballen Baller Vor Ballen was zu machen 13.000 Wow Ist ja schon ein bisschen was Geht's denn hier mit Ballertechnik aus? Sammelwaage Da war der Sammelwaage Für Ballertechnik haben wir jetzt so noch nix Okay Gut So Dann wollen wir dem vorne nochmal Bescheid cappen So, wenns abgeliefert Danke gell Bis später und wir kommen bald wieder Ciao Ciao Denken wir jetzt verstanden Ihr werdet immer wieder mal bei euch vorbeischauen In der Brennerei Vielleicht können wir da mal Ein guter eigener Schnaps oder so brennen Schauen wir mal Hätt ja vielleicht auch was So So liebe Leute Aber während wir hier so gemächlich dahin zockeln Möchte ich mich schon mal bei euch verabschieden Zeit ist leider schon wieder durch Ähm Ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei euch Dass ihr zugeschaut habt Lasst gerne ein Däumchen da Vielleicht sogar ein Abo Würde mich sehr drüber freuen Ansonsten Schaut da gerne bei einem meiner anderen Videos vorbei Ansonsten Wünsche ich euch noch was Machts gut Wir sehen uns wieder Hoffe ich Bis denn Tschüssi